Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Montag, dem 21.11.2022. Du hörst die Geek Talk Daily 1275, heute mit den folgenden Themen. Evernote, iCloud, WhatsApp, Google Maps, wir haben Studien, wir haben Facebook, wir haben Plex und wir haben SwiftKey, also somit auch Microsoft. Und ja, ich starte gleich mal mit Evernote, dem grün-grauen-schwarzen, keine Ahnung, was für farbigen Elefanten er mittlerweile ist. Wer das nicht mitbekommen hat, in der Geek Talk News Episode diese Woche, die Link wie immer findest du in den Shownotes auf daily.geektalk.ch und oder im Podcatcher deines Vertrauens zum Nachhören der Geek Talk News 4422. Ja, Evernote, das ehemals recht gute Tool, das weitaus die beste OCR-Erkennung hatte in den ganzen Tool, das habe ich ja vor vielen Jahren schon verlassen. Auch wir im Geek Talk News Format, das Team hat das Ganze schon verlassen und nun wurde das Ganze verkauft. Das Ganze geht jetzt neu an Bending Spoons, das ist eine italienische Firma, die Sitz in Mailand hat und unter anderem Apps wie Splice, 30 Days Fitness, Livequiz und Remini zu verantworten hat, vor allem iOS-Apps. Und denen gehört jetzt neu Evernote. Die wollen das weiter vorantreiben in dem Teams Professional, Personal und Free-Angebot. Das soll sich ausbessern, verbessern, beschleunigen, wie auch immer. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze dann funktionieren wird, weil ja, Evernote gibt es ja auf allen Plattformen und die sind vor allem bekannt für iOS-Anwendungen. Wir werden sehen, ob es da Änderungen gibt. Alles andere muss man selber entscheiden, ob man da bleiben kann, will oder was auch immer. Und was da jetzt passiert, da das Ganze jetzt natürlich in Europa ansässig ist, zumindest wenn ich Wikipedia richtig lesen kann, dann sollte das ja eigentlich aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht unbedingt zu einem Problem führen. Ende der letzten Woche ging auch noch das neue iCloud.com-Design online. Auch da haben wir in der Geek Talk News Episode darüber gesprochen, der Maik und ich. Man kann es machen, man mögen, man muss es nicht. Das Design ist wie immer Geschmackssache. Ich finde es aufgeräumt, ich finde es spannend. Ich nutze es aber auch sehr selten. Ich müsste mehr an Windows-Rechnern arbeiten, damit ich da drüber gehen kann, weil ich gehe ja sonst immer über meine normalen Geräte und somit dann die entsprechenden Apps. Mir würde es gefallen, wenn da gleich auch noch Podcasts und Music und Apple TV alles mit reinkommen würde, sodass ich das, wenn ich mal unterwegs an einem anderen Rechner bin, gleich alles nutzen kann. Dann gibt es Neuigkeiten zu WhatsApp. Und da sind wir jetzt gerade die Shownotes verloren gegangen. WhatsApp hat vor kurzem schon mal die Community-Funktion vorgestellt. Und im Rahmen der Vorstellung der Neuerung eben zu den Communities, die jetzt seit letzter oder vorletzter Woche schon da sind, hat WhatsApp auch gesagt, sie bringen die Umfrage-Funktion. Und ja, was ist passiert? Sie ist da. Unten links auf das Plus drücken, oberhalb der Tastatur, neben dem Eingabefeld. Und da könnt ihr dann Umfragen erstellen. Na dann, ich freue mich schon, wenn ich bombardiert werde mit Dingen. Gut, ich nutze ja WhatsApp nicht. Von dem her werde ich auch nicht bombardiert. Aber ja, wie immer. Weiter geht es mit Google Maps. Die haben mehr Informationen zur Barrierenfreiheit nachgeliefert. Neu sind in über 40 Millionen Orten dieser Welt Informationen zu der Barrierefreiheit, sprich Restaurants, Hotels, Parkplätze, Toiletten, was auch immer angegeben, die einen Zugang für Barrierenfreiheit als Menschen mit Rollstuhl etc. haben und oder eben nicht. Ich bin mal gespannt und werde mal da so meine Top-Restaurants anschauen. Und wenn es nötig ist, natürlich als, ach wie heissen wir, die da immer den Google die Arbeit wegnehmen. Ach ja, Local Guide auch den einen oder anderen Korrekturbeitrag einsteuern. Weiter geht es mit einer Studie zu AirPods Pro und Premium-Hörgeräten. Wer sich schon mal mit Hörgeräten hat beschäftigen müssen, vielleicht nicht gerade für dich selbst, sondern für deine Mutter, deinen Vater oder Ähnliches, der hat schon mal was herausgefunden, die Dinge sind schweineteuer. Und ich sage da nicht Apple-Preise teuer, sondern richtig schweineteuer. Die gehen schon bis zu mehreren Tausend, sogar Zehntausend Währungseinheiten und nach oben ist da noch einiges möglich. Also wirklich richtig teuer. Nur damit man, in Anführungs-Schlusszeichen, wieder besser mithören kann. Jetzt gibt es eine Studie und das ist ganz spannend. Da hat man nämlich herausgefunden, dass die Apple AirPods Pro, aber auch die normalen AirPods wurden da mit in die Studie reingenommen, sich es mit den deutlich teureren Geräten aufnehmen können. Nicht ganz so gut, nicht in ganz allen Kategorien, aber in den meisten Dingen, vor allem da, wo es darum geht, alles, was rundherum passiert, einzuschränken und nur auf die Person, die vor einem ist, quasi die man anblickt, genau anzusteuern und dessen Sprache zu hervorheben, das funktioniert bei Apple extrem gut. Und das ist natürlich erfreulich, vor allem wenn man bedenkt, dass Apple ja schon vor, was war das, ein paar Jahren in die Richtung gegangen ist und da erste Weichen gelegt hat. Zum einen in iOS 12 hat man die Live-Mithören-Funktion integriert und ich glaube bei den Zweitgeneration-Kopfhörern, irgendwas darum, hat man im MFV-Zertifizierungsprogramm da gewisse Dinge mit aufgenommen, dass man eben auch die AirPods in eingeschränkter Version als Hörgerät einsetzen kann, um das Ganze ein bisschen zu optimieren, um allein schon mal jemanden, der sagt, nee, ich will kein Hörgerät, ist mir zu teuer und bla bla bla, einen AirPod in den Kopf stecken kann und zeigen, was man da eben an Qualität rausholen kann, so dass man dann vielleicht doch mal darüber nachdenkt. Der einzige Nachteil der AirPods ist natürlich die, in Anführungs- und Schlusszeichen, im Vergleich zu den anderen Geräten, geringen Wiedergabezeiten, sechs Stunden, glaube ich, viereinhalb Stunden Sprechzeit und sechs Stunden Hörzeit, so etwas in dem Dreh herum. Aber ich denke, da wird sich noch einiges tun bei Apple in der nächsten Zeit. Ja, und dann haben wir ein schlechtes Image für Facebook. Haha, haben sie ja sowieso, jetzt aber erst recht, denn man hat herausgefunden, dass gewisse Mitarbeitende, das interne Tool, das sich nennt, oh, wo war jetzt das nochmals? Oops, genau, missbraucht haben. Mit Oops kann man für ausgewählte Benutzer, also Personen des öffentlichen Lebens, Menschen, die wichtig sind, in Anführungs-Schlusszeichen, und auch so wieder, Konten wiederherstellen. Und da haben sich gewisse Mitarbeiter von Facebook dran gemacht, haben anderen Leuten den Zugang verwehrt und ihnen dann das Ganze erst wieder zur Verfügung gestellt gegen Entgelt. Ziemlich unschön, ziemlich unsexy. Ja, führt zu Image-Schaden, wenn überhaupt Facebook noch so einen vertragen kann. Die sind doch eh schon ganz unten durch, würde ich behaupten. Dann ist bei Plex, der Streaming-App, Plattform, Möglichkeit, wie man es auch nennen möchte, die Discover-Credits weiter ausgebaut worden. Wenn ihr einen Film schaut, ihr kennt das vielleicht von Apple TV, von Netflix, Disney Plus und so weiter, dass ihr unterhalb des Filminfos, Filminfos, also dem Bild und wer da so mitspielt, um was es geht und die Bewertungen und so weiter, so verweise seht, wer das da mitspielt. Neu könnt ihr bei Plex jetzt, wie gewissen anderen Diensten auch, auf den jeweiligen Kopf draufdrücken und ihr seht die Filmografie der Person. Und sofern ihr den ein oder anderen Titel auch bei euch in eurer Plex-Library habt, könnt ihr den gleich anschauen, also den Film. Oder auch den oder die Schauspielerin, logischerweise. Weiter, und das ist die letzte News für heute, ist Microsoft. Ja, im September haben sie Hals über Kopf einfach so mal SwiftKey für iOS eingestellt. Man hat das kommuniziert und gesagt, es ist jetzt dann gleich weg. Wer es drauf hat, kann es noch nutzen. Wer nicht, der bekommt da nicht mehr ran. Und das hat zu einem anscheinend grossen Aufschrei gesorgt, denn Microsoft rudert zurück und sagt, ohne Ansage von irgendwelchen Gründen und so weiter, sondern einfach nur eben wegen häufiger Nachfrage bringen wir SwiftKey für iOS wieder zurück. Na dann, ja, Microsoft, vorüberlegen. Oder mal in die Community fragen. Die geben euch sicherlich Antwort oder Rückmeldung auf die ganzen Themen. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in diesen Montag gehabt, in diese neue Woche. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören, also ihr mich oder auch umgekehrt vielleicht mal. Bis bald. Ach, ihr Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.